Musik Hat Ihre Schwester das schon öfter versucht? Zweimal. Warum? Wegen mir. Ich bin gleich nach dem Abi von zu Hause weg, ohne Diskussion. Ich wollte studieren. Die Metzgerei war mir egal. Aber Ihren Eltern nicht. Jeder weiß, dass Papa dich fickt. Aber was keiner weiß, ich sehe, es dir gefällt. Es gefällt dir, hm? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.